Mit Abweichen Moin Moin meine aktiv Freunde Ah Ne das war eigentlich falsch gell H42 okay zurück Zu. Neu, nach langer Zeit wieder Ich weiß dass ihr nur bedarf gewartet habt muss ich mal wieder so ein richtiger mlg spieler das angeht ich sag nur schon mal so wenn ihr im hintergrund mein ventilator hört heute war wieder ziemlich heiß unerträglich war ja heiß und es hat geregnet also bei mir hat vor drei stunden halber tag ja irgendwie hat es nicht abgekühlt die kommt nicht weg die kommt nicht weg in geld ok alles cool ich bin immer noch auf deutsch irgendwie das ist negativ das ist richtig negativ naja weiß was auch negativ ist nein eigentlich nicht ich bin alleine echt ja jetzt ist mein meter ist ein bisschen gefährlich aber nur bisher alles cool welchen ein bisschen mitte ja mit einem guten halb renderin muss ich kassieren ein bisschen ah jetzt hat er kassiert das hat mir natürlich gut getan bisschen damage rausgedealt ja mein mate ist ziemlich ja ein bisschen gefällt gerade nie gespielt aber ich weiß was das ist nein habe ich noch nie aber ich kenne es bei bei schock wenn der ich bekommt mit das neueste sei ja das neue stoff ist das neuste ist auch schon uralt da gab es ja ziemlich viele verschiedene meinungen dazu was empfindet ihr habt das habe ich zum beispiel nicht gespielt ich habe bei schock 1 und 2 ich weiß nicht ob die 1 und 2 hießen jeden fall die ersten beiden habe ich gespielt ich kenne eigentlich nur infinity hast du da wortschein gewartet das war jetzt fällt von denen das war jetzt fällt von denen hey das finde ich aber gerade nicht cool dass seine minions alle auf mich drauf gehen ne dann bin ich clever zurück ja zu langsam so ein blumen gebrauchen oh no oh no ja ich muss back gehen ja ich auch muss gucken hey kann man nicht auf zählen die kamera lösen ja das geht irgendwie bei mir gerade nicht unten links neben der ding auf kamera settings ich weiß gerade gar nicht mehr was ich mir holen muss hä ja ich glaube ich weiß an was das lügt was denn am aufnahme bildschirm was denn kann ich ich bin nicht nein ich wollte gerade sonst wohin laufen ich kann mich aber nicht bewegen mit der maus also im losen bildschirm das ist ziemlich seltsam exterra skin ist mies ich sehe nicht ob der brennt oder nicht wie muss ich das verstehen wie muss ich das verstehen ich mache ja automatisch ignited und dann wenn ich meine den team macht während der brennt und bei dem seinem skin sieht man das nicht gescheit ob der brennt und jetzt hat er mich gerade kommt er zerstört ich habe nicht einen gang bekommen langsam wärmer einer nötig ja gut so wird das halt nichts wie oft muss ich sie noch pingen bevor er da mal hingeht oh Mist zu viele Minions oh je was mache ich denn ich kann echt nicht mit der kamera und hergehen mit dem kamera stimm ich kann jetzt auch unsere radio macht immer one to one trades lol ok jetzt habe ich ein problem nein ah man ich dachte das macht ein bisschen mehr damit schon die eine rennt da noch ein ja das war's ich brauch Schuhe das war's jetzt verliere ich meine lane wie war denn das nochmal man muss auf tank gehen gell das ist schon eine weile her ja mein Toa get down ja 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 die geht mir schon wieder auf den sack oh lol ich glaube ich bin ein bisschen zu kredi wobei ich dachte ich wäre noch an tower range so so ich x-ray hat mal weg gemacht ich werde erstmal wieder ein bisschen tower damage rausholen schreibt die eigentlich immer oh mein gott story weil die immer one for one traded obwohl das eigentlich gar nicht so schlimm ist hm 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 ja ja doch nicht gute nacht ganz echt überlebt kann ich nichts machen so wie kolli da eigentlich so wenig sind ja wo hat die wenig leben könnte schon da kommen in chungel na gut naja kann ich nicht jetzt gar nicht es ist zu spät ey das ist auch in Ordner schade hä lol wurde die jetzt geholt mhm nice camp top hätte jetzt auch gesagt wenn ich gehe ja tja aldert ich glaube ich muss niesen aber muss ich nicht kurz mieten mhm 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 nnice mhm 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 Hä, wenn ich hier mach's? Aaaaaaahhhh Ok Oder auch nicht Ach, Mann Naja Nice Ich bin mal eben wie leidig So Ich hab grad gemerkt Nase zu putzen während ein Ventilator die ins Gesicht weht ist nicht so geil Mir ist dreimal das Taschentuch Während ich mir die Nase putzen wollte aus der Hand gefallen wäre nicht gut Ich hab grad das Taschentuch aufgemacht und fliegel es nur aus da an Aber das ist weggeweht, oder? Ja 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 Ich fahr doch gar nicht mehr dran Deine Welle hatte gehört Achso Ich lass dich allein Ja 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 Die guten alten Basalen Ja Ziemlich OP Dafür, dass die so schwach sind Ja Ja Die machen ja nicht wirklich viel Damage Ja Warum muss immer die mit lane leiden No Holste dir Bin ich da Ja 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 Viel zu langsam Größter Fehler den du jemals gemacht hast MF Größter Fehler Also ich dachte schon du mensch mich Hä Was ist denn hier Oberfläche Nice Ja Muss ich später mal nachgucken Nice Easy peasy War ein guter Fight Ich spiele mal so random wie es nur geht Ich kauf mir einfach irgendwelche Items Okay 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 Nee bei den Schuhen weiß ich einfach nicht was ich nehm so Was bei den Schuhen? Bei den Schuhen Mh 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 Magic Resistence Obwohl Folgt mir diese Ich spiele auf AD Schako immer auf AD? Nein Ich weiß nicht auf AD wie Schakos ne? Ja Ich habe zu lange das Spiel nicht mehr gespielt ich weiß nicht mehr Bescheid Mh Willst du reingehen? Äh eigentlich nicht Also ich würde die gern reinkommen lassen Alter Wow Und Stunt Und hergeholt Und tot Sehr sehr geil Okay das F von mir war jetzt unnötig Verlangsam und so Ach du meine Güte die Botlane Junge Dat Farm Was? Ich muss ja schon mal noch hinrennen Ja 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 Mhm Aha Mhm Aha Aha Yeah Yes Aha Wo soll ich denn aufhören? Wow Der Vinyan kriegt den Tower Und ich krieg nicht meine Assist dafür Ey Tja Lol Alles klar Ja Leute GG Ich glaub das kann man sich sogar rückladen umgeschneiden was Jetzt habe ich auch nur noch 23 FPS Also Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Deine Bis dahin Bis dahin